Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ihr seht, es ist eine Aufnahme aus dem Stream. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dahin macht's gut. Tschüss. Ich meine, man kann ja auch ein Bot programmieren, dass man quasi... Ich würde jetzt machen, Ausrufezeichen Killer und dann schreibt ihr euren Wunsch dahinter. Und dann kann ich quasi über einen Command diese Liste abrufen. Wo dann da steht, welcher Killer halt in welcher Reihenfolge und so. Wow, da sitzen zwei Leute dran und ich hau genau dazwischendurch. Flink, aha. Die hämmern den Jem durch. Sprungbust. Sprungbust. Das war meine letzte Hoffnung. Ist auch schon wieder hochgeheilt. Die sind, glaube ich, eigentlich nicht so gut. Ich habe hier doch gerade noch Blutspuren gesehen. Oh, ich bin so blind. So blind. Und das war jetzt ja ungünstig, Jane. Es wird gleich wieder irgendwo Tüftler angehen. Ganz hinten sind sie am Arbeiten. So, er hat einen Sprintboost. Und Elodie ist auch da. Das war's jetzt wert. Ah, okay. Tüftler. Ganz hinten. Elodie ist hier in der Nähe. Den Jem dort hinten sollen sie ruhig anmachen. Dann kann ich hier die Jens besser saven. Ich wusste, dass hier eine Krähe hochgeflogen ist. Also ich habe es gesehen. Das ist eigentlich mehr Felsen. Lassen Steve echt hängen. Hi. 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 Hier ist von der Konsole. Das sieht man an, wie die läuft. Die läuft so ganz, um die Ecken läuft. Die guckt immer so nach hinten und läuft so schräg. Das ist ganz komisch. Hier ist jemand. Glaube ich. So, durch dringendes Zittern ist ein Cooldown. Eigentlich können sie den Jen dort hinten auch wegmachen. Ist mir egal. Warum sehe ich denn das Netz rot leuchten? Ja, zeig halt auf mich. Ich muss Jens gucken. Der ist runter. Der ist runter. Okay. Dann gehen wir doch hier hinter, gucken. Das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen. Geh mal dahin. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Wie die Lori, ja. Was rennt die denn jetzt hier in die Jagd? Komisch. Komisch. So. Sind dann keine Jen gewesen? Ich treten doch, oder? Ich weiß nicht. Die sind bestimmt am Jen im Haus. Die sind bestimmt am Jen im Haus. Die ist doch hier hin gelaufen. Das tut mir jetzt... Ah. Ich würde gerade sagen, tut mir ein bisschen leid für... Für sie. Jetzt werden sie wieder beide dorthin. Denn solange sie retten, machen sie keine Jannis. Sie zieht mich aber auch wieder gut weg. Also... Esser wäre ja gar nicht so doof, dass sie mich immer von den Generationen weglocken. Hier hinten sind sie auch dran. Der Jannis nämlich nicht blockiert. Hier ist keine Palette mehr. Müsst du abschmieren. Ja? 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 Ja?